Nun ist es also soweit, wann MOV hat heute offiziell zur Vorstellung seiner neuen E-Bike-Generation geladen. Am 5. April ist es soweit, da wird das neue Modell vorgestellt oder aber auch die neuen Modelle. Mal schauen, ob es da mehrere geben wird. Wir werden heute jedenfalls schon mal einen ersten Blick auf alles, was man schon sehen kann, werfen. Auf alles, was wir schon wissen, auch wenn das noch nicht viel ist. Los geht's! Und damit herzlich willkommen zu diesem Teaser-Video, in dem wir schon mal einen ersten Blick auf das kommende S4 bzw. X4 werfen werden. Wobei uns das auch schon zu der ersten offenen Frage bringt, nämlich wird es überhaupt ein X-Modell geben in diesem Jahr? Also logischerweise ja, WAN MOV hat immer in den Generationen ein S- und ein X-Modell mit einer anderen Rahmenform vorgestellt. Nur haben wir hier in den Teaser-Videos, die wir bis jetzt sehen können, nur das S-Modell gesehen. Macht vielleicht auch Sinn, das S-Modell ist, glaube ich, das erfolgreichere von beiden und gleichzeitig aber auch für kleinere Fahrerinnen und Fahrer nicht so gut geeignet. Die kommen da nur schwer drauf. Daher würde es mich wundern, wenn sie das X-Modell einstampfen würden und die Rahmenform ist ja auch sehr, sehr interessant und bietet vor allem in großen Städten und für kleine Nutzerinnen und Nutzer, glaube ich, ein ganz großes Maß an Komfort. Fraglich ist auch so ein bisschen die Zahl nach dem S und X3 würde eigentlich S und X4 kommen. Da wurde aber schon im Vorfeld gemunkelt, ob die 4 nicht übersprungen wird und das Ganze jetzt direkt S und X5 heißen wird. Denn in China ist die 4 eine Unglückszahl. Dort wird die so ausgesprochen wie das chinesische Wort für tot, weshalb in vielen Sitzreihen und so weiter auf die vierte Reihe verzichtet wird. So ähnlich wie bei uns mit der 13. Aber auf der anderen Seite, es wurde auch spekuliert, dass Apple das iPhone 13 überspringen wird und direkt ein 14 haben sie auch nicht gemacht. Außerdem ist der chinesische Markt für Wanmove eigentlich derzeit noch nicht so interessant. In Japan sind sie ja aktiv, aber China ist meines Wissens jetzt kein Markt für Wanmove, den man sich mit dem Überspringen einer angeblichen Unglückszahl irgendwie bei Laune halten sollte. Also ich würde sie jetzt einfach mal S4 nennen und X4 und lassen wir uns so einfach mal überraschen, was am Ende dann namenstechnisch dabei rauskommen wird. Schauen wir uns aber mal endlich den Teaser an in voller Länge und was wir da direkt sehen ist, die Rahmenform ist diamant, ist typisch Wanmove. Also da wird sich so auf den ersten Blick erstmal nichts dran ändern. Aber was auffällig ist, ist die Beleuchtung, denn da liegt der Fokus in diesen Teaser-Videos hier schon sehr auf dem äußeren Ring. So was gab es bei dem S3 ja auch, allerdings ist hier komplett das Leuchtmittel in der Mitte ausgeblendet und ich finde, das könnte zwei Ursachen haben. Die erste ist, sie wollen eine Art Kurvenlicht promoten, was da vorne eingelassen wird. Oder aber es wird ein Fernlicht geben, was auf Knopfdruck eben heller wird, dieser äußere Ring, der nochmal ein großes Plus an Strahlkraft hinzufügt. Ich könnte mir vor allem eher Letzteres realistisch vorstellen. Hinten sieht das Ganze ganz ähnlich aus wie beim Wanmove V. Auch hier liegt der Fokus auf dem Ring. Da könnte man sich natürlich logischerweise vorstellen, dass das als Bremslicht agieren wird. Andere bieten das schon länger an, das ist auch gar nichts Aufwendiges, also warum nicht? Da könnte Wanmove mit der neuen Modellgeneration ruhig nachziehen, wie ich finde. Bleiben wir noch beim Rahmen, bevor wir uns andere Details anschauen. Ich finde, der Lenker, der sieht so ein bisschen anders gebogen aus als beim S3. Der neigt sich dann früher in die eine oder andere Richtung. Ich finde das ganz interessant. Vor allem sehen wir aber auch, dass hier die Bremsschläuche noch so nach unten abgehen, wie das auch beim S3 der Fall war. Das heißt, es wird nicht diese vollständig integrierte Lösung wie Cowboy, das jetzt beim Vierer Modell angegangen ist, sondern einfach so vom Lenker weggeführt wie zuvor. Auch die Bremsscheiben werden wie auch beim S3 ohne Löcher auskommen, das heißt, schön aus einem Guss. Es wird hoffentlich natürlich wieder eine hydraulische Bremse sein, die hier zum Einsatz kommt, denn warum sollte man hier ein Downgrade eingehen? Also ich denke, das können wir als Gesetz mitnehmen. Wir bleiben mal beim Lenker, denn da sehen wir hier vorne ein sehr, sehr interessantes Bauteil. Ja, und was verbirgt sich dahinter? Was glaubt ihr? Ich habe da mehrere Theorien. Zum einen könnten da einige Sensoren drinstecken. Wir sehen das Ganze auch am Heck, das heißt, hier könnte so ein Todwinkelassistent im Nährungswarner oder sonst was verbaut sein. Außerdem sehen wir hier so eine Art Klappe, darunter könnte sich ein USB-Anschluss verbergen. Finde ich gar nicht so abwegig, auch wenn ich den eigentlich zum Fahrer hingewandt verortet hätte normalerweise und nicht eben zur Front zeigen. Könnte aber auch sein, dass da so eine Aufnahme für eine Smartphone-Halterung drin Platz findet und über den Port gleichzeitig das Handy dann aufgeladen wird. Ich hoffe nicht, dass das heißt, dass sie Displaylos werden und komplett auf Smartphone- und App-Anbindungen setzen werden. Aber lassen wir uns da einfach mal überraschen. Apropos Sensoren und Assistenzsysteme. Ich finde hier unter dem Frontlicht, das sieht verdächtig nach einer Kamera aus. Auch das könnte für solche Assistenzsysteme sprechen. Das könnte allerdings auch einfach eine Dashcam sein. Hinten vielleicht noch eine Rückfahrkamera sozusagen. Ein digitaler Rückspiegel, wie das beim Cyclair zum Beispiel der Fall ist. Auch da bietet sich Raum für Spekulationen und auch da könnte ich mir sehr, sehr vieles vorstellen und bin gespannt, was denn da letztendlich umgesetzt werden wird. Was wir nicht sehen, um hier nochmal beim Display zu bleiben, ist eben dieses Display, das LED-Dot-Matrix-Display. Und ich glaube, das spricht eigentlich schon dafür, dass wir da eine Neuerung erleben werden. Ich meine, das Ganze ist auch seit der ersten Modellgeneration mehr oder weniger gleich geblieben. Es ist mal ein bisschen heller geworden in der letzten Generation, aber ansonsten ist es eigentlich immer noch das gleiche alte Display, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber ein größerer Funktionsempfang und ein anderes Display wären schon cool und ich bin gespannt, was denn da passieren wird. Also alleine, dass das nicht gezeigt wird. Normalerweise haben sie ja auch immer dieses aufhaltende V, wenn man das Bike eben startet, in jedem Werbevideo, in jedem Teaser-Video drin. Also ich glaube, da werden wir auf jeden Fall was Neues zu sehen bekommen. Was Neues, was wir jetzt auch schon sehen, gibt es auch bei den Farben, denn da sehen wir wieder einen Glossy-White-Hochglanz-Weiß-Snow-White ist zurück. Ich denke, das ist dann gleichzeitig auch das Ende für das Matte-Blau. Die Frage ist, ob das Ende für den Matte-Lack überhaupt ist und ob das Schwarz auch wieder Glossy sein wird. So ein bisschen wie beim S2. Ich fände Matt ja eigentlich ganz cool, aber ich vertraue auch Wanmove, weil designtechnisch haben die es eigentlich einfach drauf. Von daher werden die sich da schon was Gutes einfallen haben lassen. Was wir leider auch schon sehen, und das wird noch nicht mal in den Renderings versucht zu verstecken, sind Schweißnähte. Wir hatten es bei der ersten Generation des S3 ja sehr, sehr gelackt geblieben und gelackt geschliffen alles. Dann kamen sie zurück und ich glaube, sie sind gekommen, um zu bleiben. Denn auch hier sehen wir sie unten am Antriebsstrang und auch weiter oben. Also das ist was, wo wir uns bei aller Vorfreude anscheinend schon jetzt mit anfreunden werden müssen. Ich habe eben schon gesagt, der Fokus lag so ein bisschen auf der Beleuchtung hier in diesen Teaser-Videos. Und was wir hier auch sehen, ist, dass da wie so ein Streifen weggeht. Und ich denke, das könnte so etwas sein wie dieser LED-Streifen beim Wanmove V, der sich eben über das ganze Oberrohr erstreckt. Fände ich sehr, sehr cool und wäre auch nochmal ein erhebliches Sicherheitsplus. Ich glaube aber trotzdem, dass das hier nur irgendwie stilisiert Geschwindigkeit darstellen soll, weil wir das beim Rücklicht eben aufsehen und da ist eben kein Platz, um irgendwie nach hinten raus einen LED-Streifen zu zaubern. Also wahrscheinlich ist es nur Stilmittel, wäre aber cool, wenn wir da eine Überraschung erleben würden. So und jetzt kommt noch was richtig Interessantes, dieses Bauteil hier unten. Denn was wir schon gesehen haben, ist, dass S4 wieder einen Frontmotor haben wird. Warum auch nicht, damit fährt Wanmove schon seit Jahren gut. Und damit hat man sich arrangiert, darauf hat man sich eingestellt, warum sollte man daran etwas ändern. Habe ich dann auch gedacht, als ich ihn gesehen habe, vorher habe ich ihn nicht gesehen, sondern nur dieses Teil hier unten. Und dachte, okay, Mittelmotor im Wanmove, das wird ja mal richtig interessant. Aber ja, das scheint es ja nicht zu sein. Von daher, was glaubt ihr, was wird sich hier unten unter diesem Kasten verbergen? Ich habe vielleicht zwei Theorien, ich weiß nicht, wie sicher die sind. Das eine wäre, die Gangschaltung wechselt hier runter. Denn mit dem E-Shift da hinten hat man ja so seine lieben Probleme gehabt in den vorangegangenen Generationen. Das war ein sehr fragiles Bauteil, was für viel Unmut und viel Ärger und viele Reparaturen gesorgt hat. Und von der Verortung her würde das Ganze für eine Piniengetriebeschaltung sprechen. Ich glaube nicht, dass wir die hier sehen werden bei diesen Modellen. Aber trotzdem könnte es natürlich etwas mit dem Getriebe, mit dem Gangwechsel zu tun haben. Oder aber sie überraschen uns alle und zaubern hier eine Klappe aus dem Hut, an dem man den Akku entnehmen kann und ihn dann eben so auflädt. Das wäre mehr als genial. Ich glaube eher an erstere Lösungen, aber bin natürlich auch gespannt, ob ihr vielleicht noch eine Theorie habt, was denn da drunter stecken könnte. Was wir in dieser Einstellung auch schön sehen, ist der Chain Guard, der wieder dabei ist. Was ist ein Chain Guard? Der hat die Chain, also die Kette unter sich. Sprich, das wird wohl auch in dieser Generation nichts mit einem Riemenantrieb, denn es würde für mich wenig Sinn machen, wenn da ein Riemen durch diesen Kettenschutz flitzt. Also wird es wahrscheinlich wieder Ketten angetrieben sein. Und ansonsten sehen wir ja noch gar nicht so viel, aber ich finde es trotzdem witzig und erfrischend, wie viel schon diskutiert wird in den Foren, in den Facebook-Gruppen und in den VanMoo-Fans, die eben auch Rätsel raten, was denn das neue Bike sein könnte. Und ich glaube, das Gleiche können wir auch hier in den Kommentaren machen. Schreibt doch mal gerne, welche dieser Theorien von mir ihr für am wahrscheinlichsten haltet oder was eure sind und was ihr glaubt, für Bauteile auf diesen Bildern hier in den Teasern erkennen zu können. Das würde mich mal sehr interessieren. Und vielleicht erraten wir ja auch ein paar Sachen, die dann am 5. April enthüllt werden. Apropos, am 5. April werdet ihr bei mir alles über die neuen Modelle von VanMoov sehen. Also lasst am besten schon jetzt ein Abo da, um das dann auch nicht zu verpassen. Und um unter den ersten zu sein, die das dann auch mitbekommen werden. Wenn euch dieses kurze Teaser-Video, diese Gerüchteküche hier gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank jedenfalls, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Hat mich sehr gefreut. Auch ich bin gespannt auf die neuen Modelle, die da dieses Jahr kommen werden. Bis dahin dauert es noch ein wenig und ihr werdet hier aber noch mehr Content finden. Ich verabschiede mich jetzt aber erstmal, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.